Mit einem starken Willen werden wir alles überstehen. Fest entschlossen und verdrossen kann niemand gegen uns bestehen. Gott, bewahre Europa, lass uns alle fest zusammenstehen, gemeinsam neue Wege gehen. Auf dass wir uns alle lieben, als freie Menschen wiedersehen. Ich habe Schwung wie mein Opa, aber leider ist er lang schon tot. Er hat sich selbst am Balken aufgehängt, als ich gerade bei ihm war. Und gesungen hat, so schön wie heut, für ein freies Europa. Hallo, liebe Hip-Hop-Freunde und Fans von Fettenbeats. Ich bin Gerhard Zannhoff, Anarchy Müller. Der Wirbelwind der Emotionen, die musikalische Eskalationsrakete von Europa. Viele nennen mich den Carnivest von YouTube und halten mich für einen Duracellhasen ohne Batterien. Einen nur so mittelerfolgreichen Serienkiller oder den unehelichen Sohn von Björn Höcke und Beatrice von Storch. Alles wrong. You won't believe it. Aber ich bin ein totaler Selfmade-Star. Ich habe mich aus reiner Liebe zu meiner Heimat und des heiligen Abendlands durch gezielte Masturbation im Reagenzglas selbst gezeugt und dann diesen flotten Song zum Brexit geschrieben. Also zum Brain Exit. Danach habe ich mir im Geschäft für Busfahrerbekleidung dieses krasse Bühnenoutfit besorgt und Dance-Training bei einer Schaufensterpuppe genommen. Und nach zwölf großen Tassen Espresso habe ich mir Sekundenkleber unter die Schuhsohlen geschmiert und dieses coole Filio aufgenommen. Also, Boys and Bitches, watch my Videos on YouTube und lasst uns gemeinsam das Internet explodieren. Fuck the System und Gott bewahre Europa. Vor allem vor Leuten wie mir.